Dieser Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.